Deswegen grabe ich hier den Wald um. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun den ganzen Tag. Das ist aber ein bisschen mühselig. Ah, komm her, komm her, du Chukoppa. Komm her. Komm doch her. Ich habe dir doch nichts getan. Ich will mit dir spielen. Ah, eine Ocarina. Ah, doch nicht. Okay, doch die Ocarina. Flöt, flöt, flöt. Flöt, 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 flöt. So, jetzt noch die Blumensamen. Jetzt, wo ich die Flöte bekommen habe. Flöt, flöt, flöt. Kann ich jetzt nicht mehr graben, sondern kann nur noch flöten. Mir ist das Grabwerkzeug flöten gegangen. Ja, ich habe das trotzdem gebracht. Nimm so oder lass es bleiben. Macht ihr nur Blumenvase draus oder irgendetwas anderes? Dem etwas verschlafenen alten Mann. Ach, du meinst, den alten Benner. Ja, gut, kann ich machen. Ich spiele doch gern für dich, kleiner Elefantenjunge. Ah, schön. Jetzt ist er zum Baum geworden. Ich glaube, ich würde... Ich glaube, das war mein erstes und mein letztes Flötenspiel. Ich spiele Flöte und jemand verwandelt sich in einen Baum. Obwohl, Moment mal. Das ist jetzt fast schon ein umweltpolitischer Denkansatz. Wenn das Real auch gehen würde. Nee, dann könnte ich mit Flötespielen Bäume pflanzen. Allerdings quäle ich meine Mitmenschen schon mit meiner Stimme. Und ich würde sagen, irgendwann ist auch mal gut. Die müssen mich nicht noch spielen hören. Aber auf der anderen Seite... Würde ich dann vielen, vielen süßen, kleinen Eichweinchen ein Zuhause geben. Hm. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich nach Kakeri... Wie komme ich jetzt hier eigentlich ins Dorf rein? Hm. Ich will einfach jetzt mal hier oben rumgucken. Oder soll ich nach unten rumgucken? Guck mal nach oben, falls ich da irgendwie einen Weg finden lässt. Wenn nicht, gehe ich unten rum. So einfach ist das, finde ich jetzt mal. Und wusch, 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 wusch. Und dann nach oben. Mio. Mio. Hehehe. Wui. Es macht wirklich Spaß, so rumzudrinnen. Ach, hier müsste ich doch reinspringen. Hier müsste ich doch eigentlich reinspringen können und weiter, oder? Ja, tatsächlich. Ach, und hier ist alles ziemlich, ziemlich im Arsch. Och, Link, du absaufende Ente. Ganz ehrlich. Ja, ich habe den Weg raus hier schon gesehen. Ich bin neu. Ich schwimme mal so noch ein bisschen weiter. Jetzt hätte ich nicht eben schon genug Wasser gehabt, im Wassertempel. Weil das hier kann man ja kaum Wasser nennen. Das sieht mehr aus wie eine Siffbrühe. Siffbrühe, ahoi. Fuck. Ne, ich will noch mal raus hier. Ich will raus hier. Äh. Ich will raus heuer aus dem Dreck. Ich schwimme Matsch rum. Oh, mal lecker. Aber nun gut, so frisst mich wenigstens niemand. Hm? Hm. Ja, wer will schon einen matschigen Link fressen? Also ich ganz bestimmt nicht. So, also der komische Elefantenbaum-Junge sagte ja eben zu mir, ich solle in Kakariko solle ich, ähm, die Ocarina, beziehungsweise die Flöte dem pennenden alten Sack geben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt, ob es hier in der Schattenwelt jetzt dasselbe Kakariko ist oder ein anderes. Hm. Und was macht man, wenn man etwas nicht weiß? Na? Ganz einfach, man geht's herausfinden. Und das werde ich jetzt mal tun. Beziehungsweise ich war jetzt eben schon, aber ich bin wieder aus Blödheit gestorben. Ja, kommt halt öfter vor. So, was soll's. Hm? Gut, ich hab ja den Hammer noch ausgerüttet. So, also, ähm. Hm, jetzt hier unten weiter. Wusch, 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 wusch. Wusch, 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 wusch. Das sieht so aus, als könnte ich die Teile hier irgendwie verschieben, oder? Nein? Nicht? Gut, dann lass ich's. Hm. Wasser, 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 Wasser. Hm. Wo ist hier die Stadt? Ja, hier unten ist er wieder, der Wässertempel. Das ist... Scheißding. Ja, und hier bin ich jetzt auf dem Weg zum anderen. Ich bin also... ...nicht da, wo ich hin will. Gut, aber das bin ich sowieso nie. Ne, stopp. Ich bin nie da, wo ich sein soll. Das ist ein Unterschied. Und ich mache prinzipiell nicht das, was ich soll. Ja. Wie, jetzt werde ich jetzt hier auch schon von Bäumen angekotzt. Eben habe ich noch überlegt, sie durch Flötenspiel... ...zu retten und neu entstehen zu lassen. Und so bekommt man es gedankt. Nämlich gar nicht. Dann können sie mich auch mal... ...zumindest die Bäume hier. Da war doch eben das Grabspiel. Hm. Ja, da muss ich an dem einen Haus nach oben. Da komme ich aber nicht wirklich hoch. Hm. Oder doch, und ich übersehe nur was? Doch, ich komme da anscheinend doch irgendwie hoch. Ich muss halt jetzt nur... ...jenseits... ...des Sauns. ...bauen sie. Hm. Nein, ich will nicht gestochen werden. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Lass mich nur rum. Ach. Moment mal, wenn ich hier grabe. Allerdings nur sage, ich würde graben. Und... Ach nee, geht ja nicht. Okay. Okay.